Ich könnte kotzen, ey. Nein! Ach Gott. Ist das toll. Ich lieb's auch. So. Haben wir wenigstens noch Stein dabei. Das wär ja auch toll, wenn wir jetzt keinen Stein mehr hätten. Müssen wir uns... Ich glaub, wir müssen mal kurz eine Steintour machen. So, ne ganz kurze. Oder? Weißt du... Ja, komm, scheiß, komm, ich will kurz Stein. Na, toll. Leck mich doch. Ah, Gott. Es wächst auf jeden Fall langsam. Das ist sehr gut. So, wo war denn das? Hier, ne? Ja, alles klar. Das nehmen wir auch nochmal mit. So. Ich nehm mal ein bisschen mehr mit jetzt. Haben wir erstmal ein bisschen was. So. Ähm, da kommen hier die Schichten auch nochmal mit. Ach komm, wir machen ein Stack voll jetzt, wo wir schon mal dabei sind. Scheiß drauf. So. Das ist Kohle. Die brauchen wir jetzt nicht gerade unbedingt auf, wenn wir sie mitnehmen können. Ich weiß. Ich weiß. So. Haben wir ein Stack voll. Das finde ich sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie... Ja, da habe ich zum Glück noch mit. Alter. Ähm. Nein. Das war einer zu wichtig. So. Alles klar. Okay. Das war ein kleines Missgeschick. Würde ich sagen. So. Und ich mache mal ganz kurz. Wieder so. Zur Sicherheit. Die Serversichtweite ist sowieso noch auf zwölf eingestellt, glaube ich. Deswegen können wir das auch so machen. Okay. So. Haben wir erstmal genug davon. Dann machen wir einmal ganz kurz. Dann räume ich hier unten mal ganz kurz frei. Und dann machen wir mal ganz kurz hier so. Würde ich sagen. Machen wir uns direkt mal zwei von. Dann machen wir uns auch mal zwei von. So. Haben wir erstmal wieder alles. Sehr gut. Und dann... packe ich hier erstmal das da rein. So. Das brauchen wir auch erstmal alles nicht. Den können wir eigentlich mal einschmelzen hier, wenn wir schon mal dabei sind. Guck mal. Das Glas ist fertig. Sehr gut. Den lassen wir nochmal ganz kurz durchlaufen. Warten Sie einen Moment. Moment. So. Einen Kupferbaren, den wir erstmal für 2000 Jahre nicht brauchen werden. So. Dann packe ich die hier auch nochmal rein. Und dann sortieren wir nochmal nach einem System, was mir immer noch nicht fehlt. nicht bekannt ist. Das finde ich sehr gut. So. Ach stimmt. Wir wollten ja mal da durchgehen. So. Das ist mir sehr wichtig persönlich. So. Ähm. Dann holen wir mal ein bisschen mehr Sand. Sand. Die Sand. Die bespringen sich gegenseitig. Das finde ich sehr gut. So. Das hier mal weg. Dann mal. Ich herr' Goat Simulator hier. So. Ähm. Was ist denn die hier eigentlich? Was ist denn die Zeit? Frisst die den Sand weg hier? Oder was? Dann mal. Hau mal ab jetzt. Weg. Ist mir egal wohin. So. Aufpassen, dass ich hier nicht im Glock zu viel abbaue. Das kann blöd enden. So. Kann ich den hier noch mitnehmen? Ja. Den hier auch noch. Sehr gut. Okay. Dass hier kein Wasser reinläuft. So kann ich hier nicht. Jetzt. Ich hätte mir im Bett nehmen sollen. Ja. Ich bin so blöd. Ähm. Moment. Ach ja. Hier muss ich hoch. Ich hätte mir im Bett nehmen sollen. Ich dämlicher Idiot. Ich bin so schlau. Oh Gott. Jetzt latsch ich nochmal hin und zurück. Ach. Willst du mich verarschen? Oh Gott. Egal. Ach. Wir können uns noch ein Bett machen. Fällt mir gerade ein. Aber dafür brauche ich nochmal Holz. So. Warte. Hallo. So jetzt. So. Okay. Warte. Ähm. MMM. Holzbretter habe ich nicht. Nur. Ähm. Kann ich Kies eigentlich einschmelzen? Das würde ich gerne kurz probieren. Und dann. Äh. Ja. Es gibt von Carpenter auch noch. Das kann ich einschmelzen. Äh. Gibt es auch noch ein Bett. Ist mit Sicherheit mit den Blöcken gemacht. Wie geht das denn? Warte mal. Bett. Hier. Das hier meint ich. Auch aus Wolle. Aber dann aus Zimmermannsblöcken. Okay. Weißt du was? Dann. Wait. Wolle hatten wir auch noch. Oder? Wolle. All lit. Klar. Wo sind die Blöcke? Hier. Machen sie mir einfach so eins. Dann brauche ich nicht nochmal extra loslatschen. Hier. So. Äh. So. Und dann holen wir uns eins davon. Ach scheiße. So. Dann nehmen wir das nämlich mit. Und das Schönere stellen wir uns hier hin. Guck mal. Das sieht doch toll aus. So. Das nehmen wir mit. Das packe ich mal da hin. Keine Ahnung. Und dann sortiere ich nochmal ganz kurz die Dinger weg. Die ich nicht brauche. Nämlich das. Das. Das brauchen wir vielleicht noch. Den Sand schmelze ich sofort ein. Guck mal. Die sind sowieso schon fertig. Dann packe ich den Sand da nochmal rein. Die kommen da rein. Zack. Sortieren. Okay. Dann haben wir das auch. Ich würde nämlich gern so wenig wie möglich dabei haben. Nicht, dass wir ein langsamer laufen. Aber. Wenn das Inventar zugeklumpt ist. Ist relativ nervig. Und ich muss mal ganz kurz. Eine Aufnahme. Also. Nicht eine Aufnahme. Sondern ganz kurz. Die Aufnahme unterbrechen. Weil ich mal ganz kurz auf stille Oertimus. Bitte warten Sie einen Moment. Moment. Bin gleich sofort wieder da. So. Da sind wir wieder. Ähm. Es war erleichternd. So. Entschuldigung. Ich bin natürlich einmal komplett kurz ausgelockt. Weil in diesem Bildschirm hungerst du trotzdem noch weiter. Das wäre nicht so gut. Ob wir schon beim Thema sind. Merke ich gerade. Wir könnten mal was vertragen. Deswegen bitte nicht wundern. Wenn ihr gerade noch was nachändert. Das ist ganz normal. Wenn ich gerade mal neu eingelockt habe. So. Hier einmal bitte. Sehr lecker. Erdbeeren. Erdbeeren. Natürlich gar nicht die Zeit dafür hier. Wo ich gerade aufnehme. Ähm. MMM. Hier. Geiles Hähnchen. Ein bisschen Bacon noch. Wenn ich wie Bacon aussieht. So. Da dürfte er erstmal reichen. Und dann würde ich sagen. Wir machen mal weiter. So. Okay. Sehr gut. Ich muss ein bisschen zurecht hinsetzen hier. So. Alles klar. Hat er wieder hier ein bisschen was eingepflanzt? Ne. Schade. Okay. Warte. Ähm. Kann ich das hier ohne Gefahr abbauen? Sehr gut. Gehe ich hier mal kurz. Stopp. Tiefer. So. So. Komma. Oh Gott. Diese Tiere. So. Ähm. Hier. Das wolle ich. Das. Sollte erst von oben nach unten. Das ergibt mehr Sinn. So. Machen wir hier mal ganz kurz so einmal. Ne. Nämlich entspanntomatisch. Wieder hochgehen. Was rede ich heute? Was rede ich immer? Sollte ich eigentlich fragen. So. Alles klar. So. Dann gehen wir hier mal wieder hoch. Und das Bett habe ich mit. Das ist sehr gut. So. Hallo. So. So. Okay. Zack. Kann ich das hier gefahrfrei abbauen? Sieht nicht so aus. Okay. Warte. Dann können wir jetzt ja im Wasser erst mal abbauen. Wie zum Beispiel hier. Wie viel haben wir? Wir haben über ein Stack voll. Kommen wir erst mal zurück. Scheiß drauf. So. Das Bett können wir ja mal hier stehen lassen. Falls wir hinten noch mal unterwegs sind. Ja. So. Ähm. Dann haben wir das nämlich auch. Da hinten schon mal stehen. So. Können wir ja mal aus den, die wir schon fertig haben. Ähm. Sag mal. Äh. Ich frage einfach gar nicht. So. Da läuft auch noch ein bisschen was durch. Dann würde ich sagen, wir packen da noch mal ein bisschen was drauf. Ab drauf meine ich natürlich. Und dann wo ist denn das Glas? Hier. So. Ähm. Scheiben. Nein. Was ist das denn? Scheibenwischer. Willst du mich verarschen? Open Blocks? Glasscheibe. So hieß das. Genau. Ähm. Ja. Das ist normales Glas hier. Hier oben. Dann gucken wir mal. Ah ne. Warte, warte, warte. Scheiße. Das wollte ich nicht. Äh. Wir müssen erstmal hier unten Planks hinsetzen. Äh. Scheiße. Wollen wir hier denn welche hinmachen? Ich würde natürlich gerne dieses klare Glas von Tinker Construct nehmen, aber das ist aktuell viel zu teuer, weil... Ähm. Warte. Klares hier. Aber was ist denn hier? Ist das nicht irgendwas? So. Jetzt, ähm... Da müssten wir... Geschmolzenes Glas. Genau. Im Tinkerofen. Wait. Wait. Wir können uns einen Tinkerofen basteln, tatsächlich, weil... Guck mal. In dem Dorf hier hinten, ne? Da stand doch einer. Und in dem anderen, was wir zuallererst gefunden haben, stand doch auch einer. Da können wir uns doch so einen riesen fetten Tinkerofen bauen. Das klauen wir denen ein, weil wir sind mal so dreist und Arschloch mäßig. Weil das sind die Menschen heutzutage nun mal. Es tut mir leid. Also nicht alles natürlich. So. Ähm. Äh. Vor Rassistist. Ja, du bist der Rassist, weil du denkst, ich will es auf alle anwenden. So. So nämlich. Okay, warte. Hier. Einmal irgendwo, wenn es geht, da hoch. So. Oder war denn nur im anderen Dorf? Hier war doch auch einer, oder nicht? Hier. Guck mal. So. Und dann mit in das Ding hier wird das eingegossen. Ja, dann würde ich sagen. Ich würde da gerne nicht so... Geh... Geh... Blablabla. Ich würde da gerne so in Nost... 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 Nostalgie wegen... Alter, fickt euch doch Gehirn, ey. Nostalgie wegen würde ich natürlich in der Größe wie... LeGron, den damals hatte, nachbauen. Im... Live in the Woods LP. Da muss ich mir nochmal die genauen Maße anschauen. Wie das war. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Weil wir könnten den ja, wie man sieht, dann theoretisch immer wieder abbauen. Dann woanders hinstellen. Falls wir mal irgendwann einen Keller haben, dann würde ich den natürlich gerne da, weil so ein fettes Ding hier... nach draußen, das ist natürlich auch nichts. Was ist das hier eigentlich? Steinziegel, alles klar. Und dann würde ich gerne nochmal ganz kurz zum anderen Dorf rüber und gucken, ob da noch von der Tinker Schmiede was ist. Dann würde ich die Dinger nämlich auch gerne alle mitnehmen. Weil ich würde nämlich gerne die maximale Größe vom Tinkerofen machen, damit da auch für später alles reingeht. Und was wir denn dann machen wollen, weil wir müssen zukunftsmäßig denken, das sollten Leute in der Regierung hier in Deutschland auch mal machen. Also das sollte man generell in Deutschland mal machen, aber das ist ja anscheinend nicht so wichtig, was passiert. So, passieren wird man natürlich damit. So, okay, das war in die Richtung da hinten, ne? Da. Da hinten war das, ne? So. Dann laufen wir da nämlich mal kurz vorbei. Okay. Soll ich das Bett mitnehmen? Komm, ich mach's mal. So. Jetzt hab ich das mit der Axt abgebaut. Egal. Der eine Hitpoint ist mir auch egal. So. Hat er nicht gesagt. Doch hat er gesagt, merkst du doch. So. Okay, läuft die Aufnahme? Ja, das ist ja gut. So. Können wir ja auch mal ab und zu nachschauen, wenn wir schon mal dabei sind. Oder wenn wir schon mal da sind, ehrlich. Ehrlich gesagt. Eher gesagt. Mein Gott. Was ist denn los? Fangen wir jetzt auch alle fünf Minuten. So. Kann ich was trinken? Nein, ich hab nichts eingeschüttet. Das ist sehr schlau. Da. Ne, das ist der Meteor. So, aber der Dorf, das Dorf war doch da recht in der Nähe, oder? Wenn ich da jetzt so hinlaufe. Bist du zecken? Der mir wieder nicht die Flüssigkeiten an. Das muss ich wieder umstellen, ne? So, Schlacke. Sehr lecker. So. Das müsste doch... Oder war das mehr da? Ich weiß es nicht. Ah, da hinten sehe ich schon. Den Kirchturm mit Ö. Kirchturm. Oh, guck mal. Voll geil. Ich muss mal kurz probieren, wenn ich einen raushaue. Und dann kriege ich mit Sicherheit keinen Zeppling, oder? Soll ich's probieren? Wenn wir einen raushauen, tut ja nicht weh, oder? Dann mache ich mal ganz kurz die Hand leer. Teste das mal in einem. Oh, man kriegt die Seeds. Kann ich die wieder so einpflanzen? Nee. Wie kann ich denn die einpflanzen? Ich nehme mal einen mit für später. Aber gut zu wissen. Da muss man mit Sicherheit mit einer Hau, ähm, den Boden hier fruchtbar machen, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ah, wie voll die Hau. Äh, wir sind so modern beim Reden. Äh, ja. Wir sind so cool beim Reden, meine ich natürlich damit. Nein, seid ihr nicht. Ihr glaubt es nur. Entschuldigung. Ähm. So. Ähm, ja. Ich hoffe, ich krieg das jetzt ein bisschen besser abgemischt mit dem Audio. Ich hoffe es. Eigentlich muss ich nur ein bisschen die Game-Sounds ein bisschen leiser machen. Der Rest war ja eigentlich so okay. So, die hatten doch hier auch einen Tinker-Ofen angefangen, oder? Das ist eigentlich bei jedem Dorf, was neu generiert wird, glaub ich. Äh, 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 die Geräusche sind so schön. Äh, äh, äh. Hm. Jetzt seh ich hier noch keinen. Warte mal. Ach stimmt, hier hatten wir die ganzen Sachen. Ach ja, stimmt. Von Tinker gibt's ja auch noch die ganzen Dinger. Die müssen wir natürlich auch mitnehmen. Ist hier was drinne? Yo. Ich glaub, das hat drinne gespeichert. Wow. Voll geil. Werkstation, alles da. Leute. Das ist perfekt. So, das lassen wir erstmal hier. Den Kolben. Weiß ich nicht, ob wir den unbedingt brauchen. Können wir auch später noch holen. So weit ist es hier ehrlich gesagt noch nicht weg. Hm. Dann müssen wir beim kleineren Dorf mal kurz schauen. Da hinten. Ähm, ob wir da auch noch von den ganzen Werkzeug Sachen hier von Tinker, äh, noch ein bisschen was holen können, was die hier nicht hatten. Aber ich glaub, die hatten schon fast alle Dinger, die man haben kann dafür. Aber, oh ja, sehr gut. Die ist natürlich noch nicht vollständig. Da müssen noch, ähm, Großgüsse ran. Die Dinger zum drunterstellen haben wir ja hier. Und dann muss da noch, ähm, zwei Sachen ran. Einmal, wo die Lava reinkommt. So ein Einfüllbehältnis und dann noch irgendwie so ein Ding. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Aber dafür haben wir ja das Buch dabei. Was noch da? Ne, das hab ich in ne Kiste gemacht. Man kann übrigens statt diese Versenken ziehen, kann man auch, äh, kann man auch, ähm, Glas nehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Das würde ich gerne mal nachschauen, wie das heißt. Kann man nämlich so Sichtfenster sozusagen in den Ofen reinbohren. Voll geil. So, die Spitzhacke müsste eigentlich gleich einen Abgang machen. Ja, da war's. Okay. Ich habe natürlich keinen Ersatz dabei und auch keine Workbench, weil ich schlau bin. Und deswegen... Sieht ja keiner. Wohl. Warte, hier sind noch... Alter! Oh, diese verfickten Büsche! Mann, die erschrecken einen immer so. Oh, geh doch kacken, ey. So. Oh, hier geht's runter. Ach, hier. Da, Ahornstamm. Nur einer? Kannst du mich verarschen? Wir gehen sowieso erstmal kurz schlafen, glaube ich. Äh, hier, Bett. Gut, dass ich es mitgenommen habe. Sonst hätten jetzt alle gemeckert. Ma. Der Server ist nicht so on point in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wieso. In der ersten Aufnahme war es noch besser. Und die ist ehrlich gesagt nicht so lange her. So, hier, Stachellattich, das Mistzeug. Komm jetzt erstmal weg. So. Und nochmal weg. So. Ich weiß nicht, ob zwei reichen. Warte mal. Äh, bäbä. Oh, scheiße. Wo ist es denn jetzt? Da. Hier. Dann machen wir einmal so. Und dann brauchen wir jetzt mal einen. Hä? Fortgeschrittenes Handwerk? Willst du mich verarschen? Wieso dat denn? Wir haben schon mal... Ja, ich frag am besten gar nicht. Ähm, dann würde ich gerne einmal... Haben wir Stein dabei? Haben wir auch nicht. Scheiße, dann muss ich mir noch... Das Spieltack ist ja auch vor den Arsch. Fuck. Ach nee, uns fehlt noch ein Holz. Oh, ist ja ganz toll. Da unten. Ah, fuck. Egal, ist ja nur jetzt für kurz. So, jetzt. Äh, dann machen wir uns gleich zwei. Zur Sicherheit. Ja. Ist ja egal. Ist ja nur... Ne, mit Ziegeln kann man sich, glaube ich, kein Ding machen, ne? Ich hätte... Äh, ich komme schon erst drauf. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz durchhalten und dann... Kriegen wir das schon hin. Machen wir uns gleich eine schöne Schein-Spitzhacke. Oder zwei gleich am besten. So. Das dauert jetzt halt ein kleines bisschen länger, aber es... Äh, beruht auf meinem IQ. Es tut mir echt leid. So. Äh, das ist ja ganz toll. So, nicht so gut. Wir haben es ja gleich schon. Dann bauen wir noch die vier... Das sind ja zwei Tische und einmal... Wie heißt das? Wie heißt das hier? Gusstisch und einmal Gussbecken, heißt das? Haben wir ja ehrlich gesagt auch schon zwei von jeweils. Glaube ich. Sind es zwei? Jetzt haben wir drei. Alles klar. Haben wir gleich vier von allem. Sehr gut. Wo wir, glaube ich, nur von jedem eins bräuchten. Ja, viel hilft viel, ne? So nämlich. Okay, warte. Dann loote ich nochmal ganz kurz das Dorf durch. Ich weiß nicht, ob ich beim ersten Mal alles mitgenommen habe, was ich bräuchte... ...brauchen könnte. Hier ist sowieso nix. Hallo. Was war jetzt? Ähm, hier. Ach, guck mal. Wait, war ich... Nee. Das Ding nehmen wir mit. Tut mir echt leid. So, wir nehmen alles mit. Wir können die ja stacken zum Glück. Dann nehme ich mal andere mit. Dann brauchen wir uns gleich noch eine Truhe für Tinker-Sachen einfach. Das Inventar ist auch schon fast zugemüllt wieder. Aber mit guten Sachen dieses Mal, ja? So viel muss ich sagen. So, da hinten hatte ich die anderen Sachen ausgeholt. Okay. Ach, komm. Wir haben sowieso fast alles voll. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal... Nein, ich drücke immer M für Map. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Wir können unser Haus mal markieren hier auf der Karte eigentlich. Neu. Standort. Ach, da muss ich dafür da sein. Ja, dann ist egal. Abbrechen. Dann ist egal. Ich habe jetzt keinen Bock, die Koordinaten-Hächste dafür rauszusuchen. Wir müssen eigentlich nur in die Richtung da latschen. Dann bauen wir uns das eine große Truhe, packen da die Tinker-Sachen rein und dann schauen wir noch mal im anderen Dorf, ob wir da von Tinker noch was kriegen können. Ich würde nämlich gerne alle Sachen aus dem Dorf für Tinker holen. Das wäre ganz lieblich. Wir haben jetzt... Warte. Werkstationen, genau. Äh, wenn man... Oh. Erdbeeren. Äh, wenn man da Sachen drinne craften will und man merkt, mir fehlt noch eins, was ich gerade nicht im Inventar habe, dann kann ich da rausgehen, ohne dass die Sachen wegfallen. Dann bleiben die einfach im Tisch stecken. Sozusagen. Merkt man, dass ich nichts trinke nebenbei? Ich glaube nicht. So. Oh, hier. So. Alles klar. So. Das ist Eichenholz hier, dann würde ich das gerne mitnehmen. Wir wollen ja sowieso eine Truhe machen. Das ist dann relativ hilfreich. Dann pflanzt sich der Baum ja auch von alleine wieder ein, wenn der Junk geladen bleibt. Ähm, Scheiße. Was kann ich denn... Äh, Scheiße. Wait. Kann ich hier nicht? Oh. Das wollte ich nicht. Äh, ja, toll. Ach komm, hier ein Glas, ganz ehrlich. Ciao. Ein Glas, ganz ehrlich. Das können wir auch. Das kriegen wir so schnell wieder. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Zack, wieder da. So. So nämlich. Da hinten sieht man es schon. Dann können wir auch... Ach, wir haben ja was zu essen, aber halt dann ist egal. Oh. Kann ich noch welche mitnehmen eigentlich, oder? Ja, hier. Fünf Stück noch. Also, an Essen wird es nicht scheitern, wie man sieht, weil hier wachsen ja überall Erdbeeren. Würde auch noch eine mehr wachsen, wenn ich die nicht eben ausgepflanzt hätte, ohne zu wissen, wie man die da wieder reinpackt. Hallo? Ach, das ist Poppy. Ach, das ist Poppy. Poppy Adams. Was? Wer ist das? So, okay. Ah, hier. Was war das? Aluminium-Kies von Tinker. Kannst du mal sehen. Merken wir uns. Wir haben ja auch schon, ähm... Irgendwas mit Kies gefunden. Tatsächlich. So, jetzt sind wir voll. Jetzt können wir nicht mehr mitnehmen. 16 ist ja... Das sieht so toll aus. Ich finde es übrigens schön, wie der Bär steht, obwohl da eigentlich Panda stehen müsste oder sowas in der Art. Aber gut. Da sei jetzt mal nichts zu. So. So, da sind wir wieder zurück. Im Ofen ist gerade nichts. Dann können wir mal schauen, ob wir da irgendwas reinmachen können. Aber ich glaube, wir haben nichts, oder? Oh, wir haben noch Glas. Glas rein! Wir können auch mal ein bisschen hier Sand nachfeuern, auch wenn er grad voll ist. Wait. Dann packe ich mal ganz kurz hier das Zeug da alles rein. Stachellattig. Können wir mal ganz kurz wegschmeißen. Das ist nämlich Schmutz. Kotzen wir mal ganz kurz aus. So. Ähm, dann. Den packe ich da mit rein. Tinker machen wir mal ein eigenes Ding für Holzspitzhackel. Äh, äh, haben wir noch Stein? Kurz so machen. Hier ist Stein, alle klar. Haben wir noch Holz? Ja. Ja. Dann mach ich nämlich mal ganz kurz. Obwohl, warte. Dann testen wir das mal ganz kurz hier aus. Stellen wir ihn einfach mal nach. Ja, komm. Nach hier. Werkstation. Ich weiß nicht, ob man da für Tinker nur Sachen machen kann. Oder ob man da auch mit Holz was machen kann. Man kann auch mit Holz. Alles klar. Man kann alles damit machen. Sehr geil. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Guck mal. Bleibt alles da drin. Das ist sehr schön. So, wir brauchen nur vier. Stein. Zack. Ganz ehrlich, die Holzdinger schmeiße ich jetzt weg. Weil die braucht sowieso kein Mensch. So, gleich schwimme ich da durch und dann habe ich wieder alle. So. Ähm, hier. Dann können wir... Ach komm, lass uns mal da mal einfach. Dann würde ich gerne... Hier. ですか? Bis dahin.